Wir waren diese Woche für euch bei der Generalproduktion zum Theaterstück über die Generation Z. Das Theaterstück zeigt, wie sich die mediale Kommunikation durch das Leben der Generation Z sieht. Die Nutzung von Tablet, Notebook und Smartphone ist zu jeder Zeit ein Teil des Theaters. Für jede Situation gibt es eine App. Flixbus zum Reisen, Airbnb zum Wohnen und Instagram zu teilen. YouTube-Blogger, Fashion-Blogger dürfen natürlich auch nicht fehlen. Die Generation Z steht oft in Konfrontation mit den alten Generationen. Auch das wird mit dem Theaterstück thematisiert. Das ist aber komisch. Ach, Papa, komm, ich zeige dir jetzt das Video von der anderen und dann verstehst du den Platz. Setzt euch, geht euch mal sehr gut. Ach, Papa, bitte. Oh, noch ein bisschen zu. So, oder? Ja. Oh, warte, witzig. Ja, oh, witzig. Ja, toll, meine Haare. Hat grünes. Es ist etwas drin, was die Tomaten machen. Mit einem Tomaten-Gehalt von bis zu 78%. Das Thema Generation Z, inspiriert von Professor Scholz' Buch, ist weiterhin ein spannendes Thema und das Theaterstück lohnt sich auf alle Fälle anzuschauen. Untertitelung. BR 2018 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.